Achso! Ich dachte, das bleibt jetzt so. Ach, jetzt bin ich wieder unten. Ach nee, du musst dich draufstellen, ich muss meinen Klonen rüber und dann stell ich mich drauf. Ah, was ist jetzt passiert? Hallo. Machst du mal die Zeit jetzt hier. Hallo. Hallo. Ich streik mich schon mal. So. Okay, okay. Okay, okay. Okay, okay. Hey! Hä? Jetzt geh hoch. Achso. Ah. Okay, okay. Da sind wir wieder. Ah, da sind wir wieder. Okay. Mach mal Bosskampf. Hm. Oh komm, wir haben uns wieder getrunken. Ah, ah. Ich hab kein gutes Gefühl bei der Sache. Oh, springen. Was? May, du sollst mich doch beruhigen. Nicht beruhigen? Die Schöße. Wir werden uns gleich zu Hassfleisch verarbeiten. Wow. Wenn du mich nicht beruhigen kannst, dann sag bitte lieber nicht. Oh Gott. Wow. Wow. Alter. Nein, zu früh. Scheiße, scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Oh, scheiße, scheiße, scheiße. Halt durch, halt durch, halt durch. Oh Gott. Oh, sie ändert die Richtung. Ach du scheiße. Willst du mich verarschen? Alter. Wow. Wir schlagen uns echt gut. Oh, scheiße, 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 scheiße. Wir schlagen uns echt gut. Entschuldige, zur Toten. Ah, scheiße. Nein. Nein. Fuck. Ah. Wow. Ich glaube nur stehen bleiben ist auch scheiße. Nein. Oh, 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 oh. Oh, scheiße, 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 scheiße. Die Musik auch. Ja. Ist gar nicht stressfrei hier. Ah, ei, 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 ei. Okay, okay, okay. Ein bisschen in Bewegung bleiben, das ist einfacher. Wenn ein Zeiger umdreht, einfach mit, ja. Oh, 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 oh Ja. Ja. Ja, aber noch fertig. Das ist hier das Level einfach noch. Ja, das kriegen wir hier hin. Ich denke, wir sollen ja jetzt gleich die erste Seite mal bekommen. Oh, oh. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Und... Oh! Oh! Ey, diese scheiß Zeiger, Mann! Die verarschen einen. Wenn er die Richtung wechselt. Ja, dann willst du gerade springen und dann... Ach guck mal, die müssen sich treffen. Die Figuren. Okay, dann haben wir es ja gleich. Nein! Oh, das war knapp. Okay, okay. Komm schon, Baby. Oh Gott. Ich renn einfach mit. Oh, haben wir es? Oh. Es wird echt Zeit. Alter, wie viel kommen da noch? Ey. Für eine Seite. Für eine Seite. Es kann ja wohl nicht wahr sein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir nur eine kriegen. Und vor allem, wie lange geht das? Oder wie lange soll das Spiel dann allgemein gehen? Ui. Zwölf bis vierzehn Stunden. Habe ich mal gesehen. So lange? Ja. Und wie viel haben wir schon? Acht? Was? Kann sein. Ich dachte, das ist so ein Game, was man so sechs Stunden zu Ende spielt. Nee. Oh. Oh nein! Oh. Oh Gott. Das ist richtig, was ich mache. Hiiii. Ah. Wo bin ich denn? Du musst warten. Wuh! Eieiei. So. Das sieht doch gut aus jetzt. So, jetzt aber. Boah. Und jetzt noch ein Bosskampf. Ja, oder OB ist abgestützt. Scheiße, das ist ein Bosskampf, ne? Nein. Ich will es gar nicht wissen. Ich will nur hier raus. Aber die Vögel? Dafür ist es zu spät. Oh, sie werden jetzt bösen. Die Vogelmama. Ach du Scheiße. Ähm. Oh. Oh. Oh Gott. Und jetzt wohin? Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Okay. Da ist er. Mhm. Was macht er? Ich weiß es nicht. Er kommt von unten. Er kommt von unten. Er kommt von unten. Oh. Oh. Es kommt irgendwas von oben. Ich werde doch genau nichts anderes machen. Ja, nur wegrennen. Ausweichen. Wo bin ich? Da. Hier. Oh oh. Oh. Ähm. Okay. Das fällt dir keine. Ja. Oh. Oh. Ach du Scheiße. Der ist wirklich sauer. Der ist echt sauer. Ah. Denn sie hat. Ich bin es. Ah. Ah. Oh. 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 Ah. 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 Oh. Ah. Wann kriegt man die scheiß erste Seite? Weißt du, woran ich grad denken muss? An die Hummel, tschaaau! Okay, tschaaau! Oh, Alter, ist das hier viel zum Laden. Geh mal ein bisschen langsamer, ein bisschen entspannter da hinten. Okay, tschaaau! Tschaaau! Woah! Oh nein! Was? Oh Gott! Oh nein! Tschüss Tanja! Ah! Oh Gott! Was denn? Ach du heilige! Willst du mich verarschen? Mhm. Vor allem diese Schlieren. Oh Gott! Das sollen wir nicht, das kommt jetzt nochmal. Mhm. Mhm. Ja, wir haben ja nicht mehr viel Platz. Mhm. 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 Die auch immer zusammenhängen, irgendwie. Wow! Was war das denn? Stress mich nicht! Scheiße! Oh Gott. Oh Gott. Ich werd doch nicht mehr. Was passiert, wenn einer schläft? Beiltot? Hä? Hä? Da verarscht jetzt einer! Bestimmt wie der Doktore. Doktore Pipi. Oh, wir sind jetzt in der Dauerschleife. Oh nein. Was ist passiert? Warst du das, Cody? Nein! Nein! Ich glaube, der Uhrenturm spielt mit uns! Oh nein. Oh Gott, was jetzt? Scheiße. Wow! Okay. Bestimmt die Bogen kaputt machen. Ja, ja. 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 Es werden immer mehr Bomben. Ja. Oh Mist. Ah, ich hab noch einen getroffen. Mach alle Uhren kaputt! Das ist unser Weg nach draußen! Oh Gott. Der Uhrenturm spielt mit uns. Der kennt auch keine Freunde. Oh oh. Ist das die Hummel? Nein, das ist die Bombe. Ach, scheiße. Boah. Was ein Inferno. Oh. Scheiße, du brennst. So, mein Arsch. Hä? Cody? Du das? Ja. Also, ich geb mein Bestes. Ach so. Ah, du musst, bist du zurück? Du musst da drauf. Alles klar. Ich begebe mich dann zum Herzen der Uhr. Darauf? Mhm. Das haben wir ja Zeitraube auch. Mhm. Ja? Und jetzt, aua. Und jetzt darauf? Wir sind aber vorhin geblieben. Hat man gehört? Mhm. Sorry. Wow! Wow, warte, wohin? Darauf? Mhm. Und darauf? Mhm. Stimmt hier hoch. Mhm. Ist er da? Oh, zurück, zurück. Ich bin fast da. Okay. Haben wir eigentlich Zeitdruck? Nein, ich glaub nicht. Da drauf? Mhm. Da? Und da drauf? Wow, ja. Nein! Nein! Oh, ich falle! Scheiße! Wollte ich noch auffangen. Okay, okay. Ja, 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 ja. Okay. Hä? Hä? Wie das aussah? Scheiße, warte. So, jetzt. Da. Mhm. Okay. Ich stehe hier auch. Sehr schön. Ist das richtig? Oder weiter nach unten? Ich glaub da... Ja, zurück, oder? Oder nach unten? Ne, geh mal nach ganz unten. Okay, ich geh mal ganz da unten. Ah. Muss ich denn hier hin? Wahrscheinlich. Ja. Ja. Oh Gott. Jetzt du, Schätzchen. Oh nein, wir werden getrennt. Oh Gott. Oh nein. Oh nein. Ach, die Scheiße. Ich bin runtergefallen. Oh nein. Alles klar, wir sehen uns draußen. Ich fahre. Oh, good God. Ich fahre. Okay, haben wir nicht geschafft. Nochmal. Ja, ich war zu langsam wahrscheinlich. Mhm. Oh Gott. Jetzt aber. Jetzt aber. Das sieht gut aus. Ja. Scheiße. Was machen wir denn? Ja. Wow. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh, schön ist das sie. Mhm. Da, die Kraft der Liebe. Okay. Okay. Für eine Seite. Ja, für eine Seite. Ach, jetzt sind wir selber so Uhrenfiguren. Ah. Ah. Ich fühle mich gefangen. Hey, hältst du dich bitte an deinem Teil der Abmachung, großes Buch der Wahrheit? Aha. Okay, okay. Wo willst du also? Aha. Okay. Ja, sicher. Okay. Aha. Okay, los geht's. Ah, Kadi. Der ist so witzig. Die deckt sich auch nur so, dass das ganze Haus fährt auseinander. Keiner da. Ja, ich würde hier werden plötzlich böse. Mama, sie funktioniert. Sie schläft da seit fünf Stunden. Sie läuft wieder. Als ob die nicht merkt, dass sie pennt. Jetzt so, oh, scheiße, runtergefahren. Ja, und Knick gebrochen, seit Ende. Boah. Also, Knick gebrochen, Story vorbei. Hm, schade. Jetzt einfach ein Aufkindtod. So, wow. Jana. Und dann, sie war die ganze Zeit der Tyrann für unsere Beziehung. Die Casting-Coach. Lieb Schnipzel Nummer eins. Nummer uno. Boah, er sagt halt. Junge, echt nur eins. Ja. Bereit für Schnitzel Nummer zwei. Und Lektion Nummer zwei. Nein. Gut. Was neben der Liebe sorgt dafür, dass Paare zusammenbleiben? Äh, Hypotheken. Kinder. Nein. Anziehung. Ta-da. Sie bringt Menschen zusammen. Wir brauchen keine Anziehung. Wir lassen uns scheiden. Aha. Du hast sie nur verloren. Aber keine Sorge, ich helfe, die Anziehung wiederzufinden. Ding, ding, ding. Ding, 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 ding. Was soll das werden? Gefällt's nicht? Nein. Okay. Okay. Ihr habt ein Recht auf eure Meinung. Oh. Nein. Gut. Boah, aber da haben wir auch viel aufgenommen, ne? Ja. Aber da hast du auch erst mal ein paar Folgen, die dann kommen. Ne, die muss ich erst mal erinnern. Naja. Wuhu. Ja, ha. Wuhu. 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 Anziehung ist wie ein Magnet. Aber ihr braucht beide Pole. Nord, Süd. Plus, minus, Cody May. Ach, dieser Magnet wird euch dabei helfen, die Anziehung wiederzufinden, die ihr vor langer Zeit miteinander hattet. Ich bin negativ, das ist klar. Ein bisschen Urlaub oder so. Oh, ja. Da. Erinnerst du dich an diesen Berg? Jo. Hier hatten wir unseren ersten Skiurlaub zusammen. Ja. Hola, ihr Kleinen. Wow. Oh, nein. Wir sind in dieser Schneepunkte, die wir wieder aufgenommen haben. Scheiße. Ihr müsst auf die Spitze des Berges fliegen, um den nächsten Teil des Briefes zu finden. Ach, und was ist, wenn wir auf den Filter hinabrieren? Haha, ihr könnt die Magneten benutzen und die Anziehung wärmt euch dann schon auf, Baby. Oh, na, spürt ihr schon die Wärme? Tatsächlich Pieper, Alter. Wie ein Perverser. Ich wollte gerade sagen, das wird immer perverser und perverser. Ja, gut. Dann würde ich sagen, sehen wir das in der nächsten Aufnahme, wann die mal sein sollte. Weil ich glaube, da wird noch einiges kommen. Boah, wir haben ja erstmal gerade eine Seite von vier. Von vier, wenn die alle so lang gehen, dann... Ja, gut, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Danke vielmals fürs Zuschauen. Haut rein. Tschüss. Ciao mit Faust. Ciao. Tschüssi.